Hier ein kurzes Video in eigener Sache. Wenn ihr mich unterstützen wollt, folgt mir doch gerne auf Instagram, auf TikTok, auf Twitch. Links dazu in der Videobeschreibung oder in der Kanal-Info. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützt und aktiv seid. Denn auf TikTok, Instagram gibt es immer die neuesten Informationen zu meinem Leben. Natürlich auch zu Spielen, die ich spiele, zu Maps von Fortnite und und und. Und auf Twitch natürlich, stream ich diverse Spiele. Diese Infos dazu findet man bei mir auch immer auf TikTok und auf Instagram. Und ja, es wäre schön, wenn ich euch dabei unterstützt und überall gerne mal ein Follow da lasse. Kostet euch natürlich überhaupt nichts. Wenn euch meine YouTube-Videos gefallen, lasst natürlich auch da gerne immer einen Daumen nach oben da. Und zeigt es mir, dass es euch gefallen, dass ihr mehr davon wollt. Schreibt mir auch gerne Kommentare. Ich gehe auf jeden Kommentar ein. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Video. Heute spielen wir wieder eine Deathrun-Map. Und zwar 120 Level-Easy-Deathrun bei irgendjemandem. Kappa, nein, Spaß. Bei Funky Monkey. Ähm, yo, 120 Level. Es soll gratis XP für den Season Pass geben. Wir werden uns anschauen, wie hoch die XP sind. Ob es sich rendiert, die Map mehrfach zu spielen oder nicht. Ich muss dazu sagen, ich kenne die Map schon. Denn ich habe mir vorgenommen, die Maps immer einmal vorzuspielen. Ähm, um euch dann, ja, nicht was über die Level zu sagen oder so, sondern zu sagen, ob sich, äh, um nachzuschauen, ob sich die XP rendieren oder nicht. Dass man die Map aufnimmt. Und ich sage, tatsächlich, es rentiert sich. Nicht doll, aber es gibt XP. Und wer spielt nicht gerne Jump-Run-Maps, um XP für den Season Pass zu bekommen. Yo, farbenfroh ist hier die Startglaube auf jeden Fall nicht. Die Map an sich, so ist auch nicht farbenfroh. Die Level, ähm, sind leicht. Ähm, es ist halt eine Easy Map für Anfänger. Und ja, versteckte Secrets gibt es leider nicht. Es gibt auch kein verstecktes XP-Secret. Und ich muss mal ganz kurz, weil ich noch von der letzten Aufnahme den Sound extrem hoch habe. Das einmal wieder runterschrauben. So, genau. Und ihr seht, XP-technisch, es gibt ordentlich XP. Bis jetzt sind die Level auch noch alle wunderschön einfach. Das bleibt auch so. Natürlich gibt es auch mal das eine oder andere, wo man sagt, ja gut, das hätte er anders machen können. Aber ich finde die Map an sich total einfach. Die ist auch was für Anfänger, äh, für Fortgeschrittene, die Lust auf eine Map haben. Für Kinder jeglichen Alters ist die Map tatsächlich auch gedacht. Meine Söhne spielen solche Maps auch. Und da entscheide ich tatsächlich schon mit meinen Kindern zusammen, ob die Map geeignet ist für die Kinder oder nicht. Und diese Map ist tatsächlich sogar für 10-11-Jährige super geeignet. 120 Level. Ich war zu weit vorne, das habe ich selber gesehen. Alles gut. 120 Level. Wir haben noch 95 vor uns. XP rendieren sie tatsächlich. Ob man aber ein Level abbekommt oder nicht, das steht noch in den Sternen. Das werden wir gleich mitbekommen. Ab 2000 wird es sowieso immer wieder gut geschrieben. Ja, Secret gibt es keine, oder Easter Eggs. Das ist halt schade. Aber bei den XP, die man hier schon bekommt, mal ganz ehrlich, wer braucht da noch Easter Eggs mit extra XP? Ich nicht. Ähm, ja. Wir haben, na, gleich haben wir die Hälfte hinter uns. Also, lohnt sich. Wir haben bis jetzt schon, ich glaube, es ist 6000 EP verdient insgesamt. Klettern und Sprinten, wie ihr seht, ist deaktiviert. Äh, stört aber tatsächlich auch nicht bei der Map. Denn hier gibt es keine Sprünge, die man nicht schafft. Wie ihr seht, die Map ist wirklich einfach. Also, ich kann sie nur jedem ans Herz legen, der mal eine Jump Run Map spielen möchte. Der XP verdienen möchte, ohne andauernd gekillt zu werden. Außer man stellt sich hier tatsächlich so doof an und lässt sich dauerhaft aufspießen. Klar kann mit einem oder anderem Patzer passieren. Na, ich hab's gewusst. Haha. Und ich habe auch mitbekommen, äh, die Maps, die ich vorstelle, werden auch sehr, sehr oft, ähm, gespielt von anderen. Was ich klasse finde. Es ist schön, dass ihr so die Creator unterstützt und auch mir zeigt, ja, ich werde die Maps spielen, denn sie gefällt mir. Vor allem Leute, die ich in der Freundesliste habe, spielen meine Maps sehr, sehr oft, nachdem, äh, nachdem ich ein Video rausgebracht habe. Das ist richtig geil. Dafür danke ich euch jetzt schon mal. Wenn ihr das Video seht und euch, äh, die Jump Run Map gefällt, zeigst du doch mal den Daumen nach oben. Damit könnt ihr mich auch supporten, ne? Was ich richtig geil finden würde. Support ist kein Mord. Nein! Ich bin abgerutscht. Ich glaube, Darko hat die Map vor mir gespielt. Der hat schon wieder alles eingeölt. Hahaha. Darko, ich weiß, du wirst das Video sehen. Nimm's mit Spaß und Humor. Du kennst mich, wenn es darum geht, dass du alles einölst. Und für alle anderen, ähm, die nicht wissen, was ich meine, das ist alles so ein Insider zwischen mir und Darko. Das ist alles nur Spaß. So, wir haben jetzt schon mehr als... Ach, die Scheiße, wie viel haben wir denn schon? Es sind ja nur noch 40 Level. Wir haben zwei Drittel erreicht. Nice. Und ihr seht, die Map ist einfach. Ich bin jetzt zweimal gestorben aus Prasslichkeit. Und... Nochmal passiert mir das definitiv nett. Das hier finde ich tatsächlich richtig geil. Also so hatten wir das bis jetzt noch nirgendwo. Auf gar keiner Map. Also das feiere ich hier richtig hart. Hier hätte man tatsächlich vielleicht ein kleines Feature oder Easter Egg einbauen können. Was sich hier unten auf dieser Plattform, äh, den Spikes befindet. Weil das wäre eine Herausforderung, das zu holen. Und dann vielleicht nochmal, ich sag mal, 5.000, 6.000 EP extra zu bekommen. So, hier kennt man es auch noch nicht. Also hatten wir auch bisher noch nicht auf ein einziges Map. Das hier verstehe ich nicht ganz. Also, ja, okay. Ansonsten, ja. Farbenfroh ist die Map tatsächlich nicht. Sie ist rot und grün. Und das war's. Aber man muss ja auch nicht extravagante Farben einbauen, die einem Augenkrebs verschaffen. Ähm, das finde ich halt auch richtig nice. Viele bauen einfach nur die Dinger ein, lassen so eine Zwischensprungbretter weg. Finde ich geil, dass das hier nicht der Fall ist. Das hier finde ich es natürlich ein bisschen, hehehe. Ich hab ja Kopf eingehaut. Ähm, doof, aber auch wieder geil. Hier muss man halt wirklich aufpassen, ne? Oh Gott, jetzt war's fast so nicht geschehen. Und so hat mir das zwar auch schon mal auf einer Map, aber ich liebe sowas. So, hier kann man nicht einfach mal auf die Schnelle abkürzen. Das ist auch sehr gut, dass das mal nicht geht. So, Level 109. Ihr seht, die Sprünge sind sowas von chillig einfach. Also, hier kann man ganz entspannt und in Ruhe durch, ohne Probleme. So, hier haben wir nochmal so einen Riesenraum, den ich richtig hart feier. Und hier gibt es tatsächlich mal Abwechslung. Das ist richtig, richtig nice. Es gibt immer noch 300 EP pro Checkpoint. Baba, also... Ich sag ja, wir werden hier kein Level-Up machen. Aber es rendiert sich tatsächlich. Ich krieg ja sowieso weniger XP, weil ich die Map schon einmal gespielt habe. Das müsst ihr euch immer vor Augen führen. Je öfters man eine Map spielt, umso weniger XP gibt es. Oh, das tat gerade im Auge weh. Und wir sind auch auf den Ziel angekommen. Das sind nämlich wieder. Zürchen, wir sind am Ziel. Wir holen uns noch die extra XP, die hier hinten verstaut sind. 7, 8 7, 8 und nochmal 7, 8 aber hat leider nicht für ein Level abgerecht aber wir sind sehr nah dran an Level 169 yo, das war's mit der Map also, Map ist sehr einfach ist was für Anfänger XP für mehrfach spielen der Map lohnt die sich tatsächlich also, wenn ihr Bock habt, spielt die Map 3, 4 mal durch und ihr macht 2, 3 Level ähm farbenfroh ist die Map nicht wirklich grün und rot, man hätte vielleicht andere Farben ab 40 Level einfügen können dass man halt jedes Drittel anders macht von der Farbe her aber ansonsten, mir hat die Map gefallen deswegen hab ich sie euch vorgestellt Mapcode findet ihr bei mir in der Videobeschreibung ähm wenn's euch gefallen hat zeigt's mir mit nem Daumen nach oben schreibt mir in die Kommentare Mapcodes von euren Maps, von Random Maps die ich spielen soll und ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen außer, dass ich euch noch einen wunderschönen Tag wünsche fuckstar dance until I drop my life is a party my holistic love my stage is the dance your party never stops was ich euch noch einen wunderschönen Tag ich bin und ansonsten bleibt mir nur noch eine Vielen Dank.